Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. So, es regnet natürlich schon wieder. Oh Mann, Leute. Es wird Zeit, die heutige Speisekarte vorzubereiten. Ach, da bist du. Hallo Stitch. Oh, mein kleiner Stitch. So, wir gehen natürlich wie immer shoppen. Ja. Okay. Was bist du denn für ein Anzug? Aha, aha. Gucke ich mir gleich mal an? Gucke ich mir gleich mal an. Oh, schon wieder den Brunnen. Den habe ich doch schon zu Genüge. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Oh, das nehme ich auch nochmal mit. Hallo. Das nehme ich auch nochmal mit. Uhuhu. So. Nur nicht vergessen, Zeit ist Geld. Ja, 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 ja. Oh Gott, habe ich die Stühle schon? Ich weiß es nicht. Ist das eine Kapuzenjacke? Nee, ne? Doch, ist eine. Warte mal. Seine Grüße, Nachbar. Nee, das ist eine No-Name-Jacke. Die will ich nicht haben. Freundlichsten Dank. Den Oktopus-Tisch, den müsste ich ja schon haben. Ja, den habe ich schon. Den will ich nicht nochmal haben. So eine Entengrütze. Hier kommt Regen. Mit dem, mit dem hier weiß ich nicht genau. Sei gegrüßt, Nachbar. Morgen. Ich nehme den einfach mal mit. Oh. Ich glaube, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den schon habe. Oh. Freundlichsten Dank. Kami, nehmen wir nochmal so ein Plüschtier mit. Sehr gut. Und vielleicht noch ein paar Bücher, damit ich aussehe, als sei ich gebühlt. Okay, die Couch, die ist unwichtig. Ach, heute ist nichts so Schönes dabei. Kami, mach nochmal Rapunzel. So, und das war's. Den Tisch habe ich auch schon zu Genüge. So, was haben wir denn hier? Wall-E, ein gelber Arbeits-Overall. Ach, wisst ihr was? Den kaufe ich mal. So. Wie gesagt, den Brunnen und den Tisch, den habe ich schon. Ich habe den schon mehrmals, den Brunnen, da sogar. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt noch diesen grünen Hässlichen mit. So. Dann ziehe ich mich mal kurz um. Ich ziehe mal diesen Arbeits-Overall an. Nee, das war der nicht. Moment, wo ist der? Der hier, ne? Okay. Ja, klar, warum nicht? Warum denn nicht? So, dann gehen wir jetzt raus. Okay, so, meine Lieben. Ähm, dann pass mal auf, dann stelle ich nochmal hier so ein Fahrradding ins hin. Das ist bestimmt bei Sonstiges. Irgendwo bei Sonstiges bestimmt drin. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie in dem Hütchen, aber... Äh, ist das nicht bei Sonstiges? Nein. Oder sehe ich das wieder nur nicht? Hm, bei Notwendiges oder Dekor vielleicht? Bei Dekor... Dekorationen, da ist hier fast das Hütchen wieder. Da ist es, bei Dekorationen. Äh, ich stelle es erst mal hier hin, ja? So. Okay. Wenn ich ein zweites Fahrrad haben sollte, dann wird es da hingestellt. Ähm. Genau, so, meine Lieben. Wir werden jetzt, ne? Ich habe ja meinen Arbeits-Overall an, weil wir werden jetzt ein bisschen in meinem Haus arbeiten. Und zwar habe ich mir überlegt, Ich mache einmal mit euch das Cinderella-Zimmer. Äh, jetzt weiß ich allerdings gar nicht. Ich glaube, dritte Etage. Habe ich das da schon vorbereitet? Ich muss mal nochmal ganz kurz gucken. Nee, dann war es in der zweiten. Dann war es in der zweiten. I'm so sorry. Genau. So, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz reingehen, gucken. Das Cinderella-Zimmer soll nämlich gleich hier gegenüber sein. Also mir gefällt das Zimmer hier immer noch ganz gut. Auch wenn, äh, die Schneekugel ein bisschen schwebt und so weiter. Aber na gut. So. Hier kommt das Cinderella-Zimmer. Oh ja. Gut, ähm, wir gehen jetzt erst mal zu... Zu Sitzmöbel. Genau. Ähm. So, das ist einmal Cinderella. Ich stelle es jetzt erst mal nur hin. Damit ich es schon mal habe im Bild. Das gehört zu Cinderella. So. Dann... Der Spunensitz gehört dazu. Der Klavierhocker gehört dazu. Dann einmal auf Beleuchtung. Da gibt es diese eine Kürbislampe. Die hier. So, dann... Ich glaube, auf Lager findet man das. Ähm... Den Perlmut... Perlmutkleiderschrank, oder wie heißt der? Perlmut. Perlmut. Warum ist der jetzt hier nicht mit drin? Das ist nicht gut. Nicht gut gedingst. Okay, gut. Ähm, Beistelltisch. Wartet mal. Tische, Tische, Tische. Dann haben wir hier noch so einen... Ach, da, 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 da. Beistelltisch. Beistelltisch. Der heißt auch nur... Beistelltisch. Ähm... Der Oktopus-Tisch, der gehört zu Ariel. Okay. Nein. Nein, nein, nein. Das war falsch. Okay, jetzt filtre ich das doch mal. Ähm... Cinderella. Wo haben wir die denn? Da. Cinderella. Aha. Ach. Der Bemalte war das? Ehrlich? Okay, gut. Okay, gut. Egal. Einmal das. Einmal das. Und eine Puppe. So, das war's. Okay. Dann habe ich das auch mal gefiltert. Achso, ja. Ich stepp. Ich muss es ja noch richtig schön hinstellen, ne? So, ähm... Das mal kurz raus scrollen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Viel habe ich ja natürlich noch nicht, ne? Man sieht es. Okay, pass mal auf. Neh mal das weg. Ich habe gar keine Türen. Achso, hier. Ist ja auch nur eine Tür, ne? Ja, natürlich. Okay, pass mal auf. Ähm... Das stelle ich mal erst mal da hin. So. Ja, wie gesagt, viel habe ich leider noch nicht. Das ist leider so. So, hier kommt irgendwann vielleicht ein Klavier hin. Keine Ahnung. Äh... Wartet mal. Beistelltisch. Machen wir da hin. Dann kann ich nämlich... Ach, die geht gar nicht auf... Ah. Ich dachte, das könnte man auf den Beistelltisch packen. Ach, schade. Naja, dann packe ich die Lampe erst mal da hin. Und die Puppe... Machen wir erst mal da hin. So, fertig. Okay, ähm... Okay, ähm... Böen. Jetzt weiß ich nicht, was passt denn da so ganz gut hin. Hm. Ich habe leider nicht so viele Böen. Oh ne, das geht gar nicht. Na, ich denke dann eher was Dunkles, oder? So, und als Tapete... Ich habe leider auch nicht so viel. Okay. Das sieht überhaupt nicht Cinderella-like aus. Ach, wartet mal. Vielleicht sollte ich mal irgendwie etwas... Nobleres machen. Ja. Ja, Mann. Vielleicht sowas in der Art. Ah, da ist auch ein bisschen mit Gold. Habe ich da nicht irgendwas mit dem Bohnen? Irgendwas mit Gold? Ah, das ist so übel, glaube ich. Diese Böen, die sehen so krass aus. So extrem. Jetzt, jetzt sieht das richtig übel aus, oder? Mit diesen Bohnen. Oh je, ich habe gar nicht genug Böen. Die stelle ich gerade fest. Okay. Okay. Also, ich finde diese Böen hier ziemlich krass, muss ich sagen. Das ist nicht zu viel Gold. Hm. Das ist eigentlich auch zu dunkel. Aber das ist... Eigentlich wieder zu hell. Boah. Ja, gut. Ja, okay. Mehr habe ich ja sowieso nicht zu bieten. Ich habe keine Beleuchtung für Zinnarella. Dann lassen wir alles erstmal, oder? Oh, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. So, machen wir einmal Licht an. Ja, die Tür ist auch ein bisschen schäbig, aber was soll ich sagen? So ist es halt. Gut, okay. Mehr habe ich leider nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, okay. Dann würde ich sagen... Mache ich noch Ariel, oder? Ariel ist... Das Zimmer. Okay. Ariel ist dieses Zimmer. Genau. Okay. Bei Ariel habe ich ein bisschen mehr. So, jetzt werde ich das auch gleich filtern. Äh, nein, ähm... Auf alles. So, Ariel. Wo haben wir sie denn? Ariel. Da ist er. Gut, also. Eingangstür. Da. So. Okay, das hätten wir schon mal. Ähm... Dann mache ich erstmal das Bett. Einmal da hin. Ach, das gehört auch zu Ariel. Ehrlich? Aber das ist doch nur ein Speisesaal. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Ähm. Jetzt überlege ich gerade. Was ist das denn hier für ein Teppich? Oh, das ist ein runder Teppich. Ja. Ja. Kommt erstmal hier hin. Ein Nachttisch. Ja, der muss natürlich her. Wartet mal. Ich drehe mal. Dann kann ich nämlich diese Lampe hier raufstellen. So, dann habe ich hier ein Beistelltisch. Ich mache den jetzt erstmal hier hin. So, habe ich sowas wie eine Couch? Ja, habe ich. Ein Korallensofa. Dann habe ich ein Bücherregalschrank. Ich stelle es einfach erstmal nur hin. So, dann habe ich noch ein Oktopusstisch. Ist aber auch nur so ein kleiner, ne? Warte, ich stelle ihn auch erstmal da hin. So, Korallenschmuckständer. Ja. Stelle ich erstmal da hin. Dann habe ich noch einen Tulkenstuhl. Ein, was? Doch, ein Tulkenstuhl. Ein Wirbelsturmseesessel. Vielleicht sollte ich sowas hier draußen hinstellen. Okay, dann habe ich hier noch Dekoration. Dekorationen. So. Dann habe ich noch einen Spiegel. Und dann habe ich noch einen Lagunenspiegel. Wartet, oh, wartet. So. Dann habe ich noch so eine Lampe. Ich stelle die auch nochmal da hin. Dann habe ich noch so eine Stehlampe. Die stelle ich erstmal da hin. Und eine Hängeleuchte. Die ich erstmal so... Ne, wartet mal. Die Hängeleuchte. Moment. Dahin. Dann habe ich diese Leuchter. Die mache ich dann... Hier so hin. Und dann habe ich noch ein Aquarium. Nein, das war einmal zu viel gedreht. So. Dann stelle ich erstmal hier hin. So, diese Statue und das Miniatur-Dings. Das lasse ich erstmal. So. Ach nee. Mann. Ich habe schon wieder vergessen, das so hinzustellen, wie ich es wollte. Ein Moment. Ein Moment. So. Okay. Pass mal auf. Jetzt kommt wieder diese Frage. Ach so. Ja, wartet. Alles. Ariel. Das ist die Frage. Aber Ariel... Die Tapete finde ich schon ein bisschen komisch. Passt eigentlich nicht so wirklich, oder? Aber na gut. So. Und was nehme ich jetzt für einen Bohnen? Oh mein Gott. Jetzt wird es wieder schwierig. Ach. Ich habe irgendwie keine gute Auswahl, Leute. Aber zu viel Holz ist auch nicht schön, ne? Das sieht echt schrecklich aus. Da könnte ich sagen, was ihr wollt. Okay, ähm. Ach so. Das kann ich gar nicht. Unter dem... Unter die Couch machen. Why not? Das ist doch aber nur ein Beistelltisch. Eigentlich kommt diese Bank schon fast... Das ist ja kein richtiges Möbelstück, oder? Eigentlich müsste ich diese Sachen nach draußen stellen. Die Beinen hier. So. So. Dann habe ich hier noch eine Lampe. Den stelle ich mal da hin. Der Spiegel steht schon soweit okay, würde ich sagen. Okay. Ich habe keine Bilder oder irgendwas, ne? Ich habe keine Fische, aber ich habe keine Fische, aber man hört es... Ach, das ist ein Lager. Na denn? Ja, also man hört es, ne? Man hört die Pumpe und so weiter und, ähm, den Sauerstoff sozusagen, die Blubberblasen. Also am besten gefällt mir hier diese Ecke. Da könnt ihr sagen, was jemand... Oder diese kleine Ecke hier. Die ist auch niedlich. Aber alles andere, so die Wand und so, das passt, das passt natürlich nicht, ne? Einen Moment. Vielleicht könnte ich hier nochmal den Schrank ein bisschen... Damit das so ein bisschen Wohnzimmer-like aussieht, wisst ihr? Na ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß es nicht so genau. So, achso, ne, wartet. Ich mache mal ganz kurz hier einen auf diesen. Mal gucken, ob ich jetzt ein schönes Thumbnail hinbekomme. Ne, äh... Ah, dass ich jetzt aber auch mitten im Weg stehe, das gefällt mir nicht. Ich mache mal ganz kurz. Da lacht sie, ne? Oh mein Gott. Wartet. Wenn ich das doch so mache. Ja, gut. Ne, das war falsch. Ach, das Idiot. So, okay. Ja, wie gesagt, das ist nicht das schönste Zimmer, ne? Ja, noch nicht. Aber es kommen ja hoffentlich noch ein paar Ariel-Sachen. Aber die Couch, also den Sessel und so weiter, den würde ich eher draußen hinstellen wollen. Jetzt bin ich in das falsche Zimmer gegangen. Aber, hier könnte ich eigentlich auch nochmal ein Foto machen. Nein, du solltest ein Foto machen, Fanny. Ein Foto. Stell dich doch nicht so an. So. Genau. Okay, dann machen wir das halt. So wie es ist. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ja, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Meine Güte, geht das immer schnell hier. So, irgendwann ist auch nochmal mein Zimmer dran. Und Miki und Mini müssen wir ja auch noch machen. Na, gar keine Frage. Gut, dann gehe ich nochmal ganz kurz hier wieder hier oben Christoph sein Laden plündern. Oh, ein paar Goldbarren, wie schön. Genau. Gib mir mal alles, was du hast, mein Freund. Alles klar. Also. So, die anderen beiden kannst du behalten. Danke dir. So, gut. Also. Ja, wie gesagt, die beiden Zimmer sind jetzt nicht die schönsten, äh, weil ich da jetzt auch noch nicht so viel von habe, von, von den jeweiligen, äh, Charakteren. Aber, ich gebe mir Mühe, die nach und nach irgendwie zu bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen superschönen Wochenstart, glaube ich, ne? Wir haben, glaube ich, heute Montag. Ähm, ja, genießt es, ähm, arbeitet nicht so viel und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.